kann ob das bei mir auch geht aber ich kann jetzt Spaß es einfach noch mal kurz anmachen aber so ist an ist an hat er gesagt dass dein Part die Audio einbezogen wird beim starten weiß ich nicht schalt nochmal weil bei mir hat er angezeigt beim starten dass es einbezogen wird warte ne sagt er nicht ne sagt er nicht hast du denn da irgendwas ausgeschaltet was soll ich denn ausschalten das weiß ich nicht die Party wird übertragen steht aber in der Party ja die Party aber die müsste ja dann beides übertragen werden oder nicht aus beides aber warum hört man dich denn nicht du und ich ja mich hört man aber dich nicht ja aber warum hört man mich denn bei dir nicht das ist ja merkelhaft weiß ich nicht guck nochmal erzähl mal was wieso hört man mich nicht wieso hört man mich nicht tja das heißt dein Stream bei Gaming Virus bei mir aber schon mir ist nur schuld da kann ich auch nichts für ich weiß nicht was das für Problem ist Riko überträgt Krankheiten so nein so jetzt müssen wir was brauchen wir jetzt für neue Wände und so jetzt sag ich erstmal herzlich willkommen ne zu Atlas auf der Xbox One haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht wir wollten ja hier so weit spielen bis wir mal uns ein Schiff gebaut haben großes ja mit Streben wird es heute bei Gaming Virus nix aber wir müssen mal irgendwie mal gucken was das für ein Problem ist jetzt müsste ich wieder selbst Unterhaltung machen Selbsthaltung oh Holzsachen wenn wir jetzt bauen da sind keine Rezepte hier noch Rezepte halt cool wenn man den Ton halt von Dimestream dann auf meinen drauf packen könnte ja ja das würde gehen wenn wir PC hätten wo der das verarbeiten kann aber leider können unsere PC das nicht also meiner zumindest nicht du bist erschöpft aber du weißt wahrscheinlich nicht wie das geht ne mh hier muss ich glaube auch noch weiter liefeln borg 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 die doch mal was ich habe jetzt Rezepte freigeschaltet und jetzt gehe ich mal ein bisschen Holz gesammeln los ich habe ein bisschen Holz gesammelt bring dir das dir ist kalt mir ist bald bei mir mit Futter und so essen wäre mal ganz gut Futter ich habe ja noch Berries ein paar ist überhaupt noch was drin da Holz und Kohle Holz und Kohle und Berries 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 die machen aber nichts kann ich eigentlich Wände machen ich kann ja gar keine Wände machen hast du das noch nicht gelernt nein ich halte es für unwichtig ja baum nein ich habe mal gesagt nein ich habe gesagt wir müssen uns das sehr ein bisschen aufteilen die Rezepte die Rezepte ähm ich schmeiß mal das Holz hier rein nicht wahr und auch die äh Stroh Stroh was habe ich denn da noch wir können jetzt auch schon richtig Holz bauen aber Holz ich weiß nicht achso wir bauen ja momentan mit Stroh Stroh Mo 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 haben wir schon eine Tür drin? die Tutorials an aus äh ne ich glaube nicht ähhhh ich brauche Stroh wo kriegt man nochmal Stroh her? aus dem Baum raus oder aus der aus dem Baumhaus aus dem Baumhaus wir haben auch kein Baumhaus ist das hier ein Baum? gebrumst dumpfer wo ist das? Yeah ich habe leider keine kein Akku für meinen Controller deswegen da wird Zeit müsse ich das leider am Stromkabel so ich bring dir Stroh in der Maschine habe ich auch keine mehr ich brauche aber aber ganz viel davon Tanja Stroh 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 sie sind schon in der Kiste in der Küste komischen Bambus hier oder was das sein soll, den kann man gar nicht abbauen sieht nicht so aus, kann auch nicht pflücken mit der Hand Uno Momento Sugarrohr ist da Sugarrohr da kann man Papier draus machen oh ich hab Wildreis hab ich kann man bestimmt im Wasser fränzen Holunder, Wildreis Eissaatgut Hallo ich geh gleich mal gucken, was man für ein Floß braucht ein Floß ein Flohaus ein Klohaus eine Holztür also dein Level Up eine Holztür in einem Strohhaus Max, die wollen mir eigentlich nach? Ich hoffe ich hoffe es auch ja ich bin eben wie Sau aus der Rikostream, nicht meiner mich stört es nicht, also Genen heißt ja nur, ist langweilig nein Genen heißt, ich bin müde weil langweilig weil langweilig so ich glaub mal fix hin zum äh oh was ist denn jetzt, was hab ich denn? hä? Wasser ist fast voll Hunger ist eigentlich halb was fehlt mir denn? Alk ok, gelb und blau fehlt mir, was hab ich denn? haben wir da was? gelb und blau? ne blau ist Fisch ne bestimmt haben wir Fisch? haben wir Fisch? mit gelb haben wir nix, ne? kann man hier eigentlich mit der mit meinem Speer kann man da Fische rauspicken oder so? muss ich probieren eigentlich für die Schwimmen muss ja eigentlich eigentlich müsste es gehen theoretisch mal gucken, ob ich hier Fische finde was ist denn hier für eine Wand? Steinwand? Muscheln haben wir hier, Muscheln Muschillen Muschillen wir haben hier ganze Menge Stroh hier drin hättest du mir an die sagen können? ich hab doch gesagt, ich hab gesammelt und in ne Kiste gelegt du hast mir nie zu ah, da holt keine Wack in der Kiste und Holz hab ich dir auch reingepackt ein bisschen ah, Holz aber ich brauch Gelb zu essen was ist denn Gelbfisch, sagtest du? Gelb hab ich, äh Gelb hab ich Gelb hab ich was? und zwar ist das das Hai das heißt Momento das heißt Kurkuma Kurkuma Aha Rosa geht bei mir auch in dein was war rosa? keine Ahnung rosa? kann gut sein rosa Fleisch rosa Fleisch hier sind Muscheln die kann man hier einsammeln oder auch essen das ist nicht tief aber hier ist nicht ein Fisch wissen das? Muscheln und und Holzdinger Moschee Stich noch nicht tief genug ok gelb und blau brauche ich gelb und blau gelb und blau gelb und blau ist ne sau da 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 Ah! ein Fisch! ein Fisch! ja Leute ihr dürft mir jetzt ja ne Runde beim sterben zu gucken aber ist ja nix neues ein Fisch ein Fisch 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 tut äh was? Mann ich bin ja am sterben ich auch hat mich der Mantarochen angegriffen? greifen an Schweine backen und da ist ein Fischchen Fischi Fischi oh hier ist ein Schildi ich muss trotzdem mal gucken was ich für das Floß brauche hey Mulle Miez ist das ein Hai oder was das? ich will dass du mal nicht mal nicht wegläufst dass ich die mal vom Dichtensee da ist mein Sperr kaputt Sperr kaputt Sperr so ein Floß oha das Hammer wir brauchen aber wollen wir gleich so ein kleines Schiffchen nehmen ja ne? ja da brauchen wir aber 75 Tierhaut und 250 Holz noch Tierhaut haben wir keine 75 ne? äh ne glaub nicht was sind das? aber mal auf die Holz könnte man zusammenkriegen oder? eventuell so ich habe einen Fisch ein Fisch das ist ziemlich groß wenn ich das mal so sagen darf was hat der für eine Farbe? also ja Moment ich muss erst mal hacken was ist der? huch hack 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 haut kriegen wir auch siehst du? ich brauche halt gelb und blau ne? es schlüpft ich habe Knochenbruch und ja gelb und blau ist ziemlich tief jetzt fällt der mir grad unten noch an zum momento Fisch ist blau ok ich brauche keinen mehr weil? tot ach ok hehehehe 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 soo da ist das jetzt erstmal wieder ok da bin ich ja jetzt erstmal wieder geheilt bin ich bewusstlos oder was los? bist du bewusst oder bist du los? ich esse immer bewusst bewusstlos kann man nicht essen klar ach nein übern Schlauch übern Schlauch übern Schlauch übern Schlauch Riko zieh mich mal aus dem Wasser hier ziemlich mal aus dem Wasser hab keine Ausdauer mehr keine Ausdauer mehr jetzt gibts frischen Fisch frischen Fisch frischen Fisch frisch mach mal Essen nach Hause gebracht so 250 Holz brauchen wir ich hab bestimmt noch was im Inventar wenn ich mal ankommen will immer im Schneckentempo 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 das reicht wir gucken mal wieviel wir haben haben wir 200 aber Tierhaut haben wir mit Sicherheit keine 75 warte mal ich habe Tierhaut ist das Tierhaut? ne ist noch Tierhaut 8 Stück hab ich dabei 8 Stück hab ich dabei so Holz haben wir oh wir haben 250 Holz aber 9 Tierhaut noch also Leder 9 ne ich hab 8 Tierhaut bei mir wir brauchen 75 bist du denn dann? also beim Haus bin ich beim was mein Haus werden soll ich kälter tun hier noch dann wo noch zu brauchen ab 1 ab 1 ab 1 ich hab 3 Hau die kriegt von dem Boom 3 3 mh der Wildschwein ja schaffst es so äh Pelz kriegt man da und Tierhaut Pelz hab ich gerichtet ja Pelz ist ja auch Tierhaut seht ihr alles als ein Ding Pelzige Tierhaut so Inventar öffnen Inventar öffnen muss man Holz nachlegen 7 und den Fisch da brauchen wir aber noch mehr Tierfleische haben wir noch mehr Wildschweinstufe ne 14 Level Up Löffel Up Löffel Up Löffel Up Löffel Up so Reitstufe hab ich Kommandos Braumelich das ist die Medizin das füttern werden wenn es 10 ins gewonnen wird schlecht Zucht Zucht so ich hab gar keinen Skillpunkt Schmeiderei ach so ich muss erst mal ich vergesse es immer dass ich hier noch leveln muss Gesundheit, Nahrung Gewicht ich geh mal auf Gewicht ich geh mal auf Gewicht ich geh jetzt hab Oh, Acht steht und dann mach mal Zucht was ist das? Temporum Healing Rate Rhythm Quilche das ist Berührung der Natur ach so Level 9 ne das ist mir auch noch zu doll hmmm Löffel 9 ich geh mal noch 10 10 Stufe was ist das? ermöglicht den Bau von vom Wagen für den Transport von Personen hmmm ein Bus Winter Level 1 das kriegen wir doch hin so wo kriegt man mehr Tierhaut raus mit der Achse oder mit der Spitzhacke? weiß ich nicht weiß ich nicht ich hatte jetzt immer mit der mit der Spitzhacke kannst du ja mal mit der Axt probieren ob du da mehr rauskriegst ich hab die 7 Haut jetzt mit der Axt bei was für ein Tier? Hühnchen Hühnchen, na guck ich hab mit der Spitzhacke nur 3 rausgekriegt also ist glaub ich die Axt besser hmmm was ist das? Hä? Fischöl oder was? Fischöl oh mir ist heiß es ist heiß geh mal ins Wasser komm schon abkühlen ne? ok 20 Pilze hab ich jetzt was im Schwein gekriegt mit der Spitzhacke ne? hm der Spitzhacke so was hab ich da jetzt? äh 29 plus 9 sind nein was mach ich denn? ok das ist auch noch Tierhaut 13 38 ich muss unbedingt blaues essen heute gibt's Fisch heute gibt's Fisch was hast du jetzt an der Haut? ich habe 11 11 ein bisschen müssen wir noch also mindestens ein Tier noch ist noch ein Wildschwein oh ich stehe in der Tasche Level 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 14 also ein bisschen heftig vielleicht ne? ne ist so doll so ein Level 1 und Level 2 oder so hier ist ein Wildschwein Level 4 das nämlich ich muss ein Speer aber ich hab was fehlt mir denn für ein Speer? mein Speer ist nämlich grad kaputt gegangen boah ist mein Speer kaputt gegangen? juhu was soll ich ja? aber es hat noch gereicht es hat noch gereicht Axt ist besser oder was hast du gesagt? äh Spitzhacke ne? äh Spitzhacke ne? ok Feuerstein fehlt mir für ne fürn Speer haben wir bestimmt auch noch zuhause in der Kiste 21 Pelz habe ich jetzt noch dazu bekommen ich schmeiß mal rüber äh warte mal ne Pelz Tierhaut habe ich noch 41 noch 41 brauchst du alles? ich mein's mal auch jaja mach mal also was ist das? achso Goldminzen so ich geh mal gucken ob wir uns jetzt so ein kleines Schiffchen leisten können ok das reicht ja wenn wir eins haben dann brauche ich ja nicht jeder eins der ach Fleisch ist rosa siehste da haben wir ein bisschen was finden jeder Nahrung ja rosa und orange hatte ich genug aber ich hatte halt kein blau und kein gelb ich hab jetzt alles ich hab alles an ja jetzt auch weil ich gestorben bin ah ich nicht die Katze hat grad einen Schreck gekriegt von mir stirbt man wenn man einen zu wenig hat oder was? ja ja ich hätte beides zu wenig oh dann kriegst du einen Knochenbruch und dann du es wäre halt gut wenn man eins wollte es nicht so oh ne ein Floß können wir uns leisten was ist mit dem was fehlt uns da noch? Holz? hä ich hab doch genug Holz mitgenommen 240 Holz hab ich nur ok 10 Holz fehlen noch da krieg man dann? ein kleines Schiffchen ich will das sehen dann aber ja musst du das dann irgendwo hinstellen oder wie läuft das dann? ne hier vorne am Steg bei der Stadt ach so ach so ich dachte das kann dann hier einfach so stehen am Wasser wo wir es platzieren ja da können wir es ja hinfahren oder? wir müssen es hinkriegen ha 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 ach schon oder soll ich mitbringen? schon ok ich komm mit ich komm mit warte auf dich das ist aber nur ein kleines Schiffchen man kann auch noch richtig große bauen ja das machen wir dann auch noch wir fangen jetzt mal klein an mhm mhm also wir fangen nicht so klein an weil ganz klein wäre ein Ruderboot ey Mietzi what get up und dann dann käme das Floß und dann jetzt halt äh vor der 10 Stufe 2 hab ich die nicht schon? so 10 Stufe bist du hier? ach da unten ach man ich kann mit bist du hier? ja wo warte hier am Steg mhm jetzt bei dem Kollegen muss man das käufen ach käufen Doppelklick hier gut ah da sei er so wie nennen wir es denn? bäh ähm huch die Gold Roger hallo hallo nein die äh die äh die Gold Roger die Gold Roger ramschackle Slop ramschackle Slop Anker auswerfen anker auswerfen ist wohl nicht oder wat ist wohl nicht oder wat ja ändern Schiff das machst du gerade ne so Gold Rutsche hehehehe ich kanns auch versenken soll ich? warte ich will hier hoch ey äh wie komm ich denn die Leiter hoch hier? rauf Y äh äh Y nicht Y äh Y hallo Y Mann was was zum kurzen hallo hochklettern komm ich gleich so Roman Anker rein Anker rein wo ist denn der Anker? du musst Y drücken du musst Y drücken wir haben gar nichts hier drauf weder Kugeln noch irgendwen anritt ne ne kannst du nicht fahren kriegst du das hin? hast du Anker hoch? hast du Anker hoch? sag mir dass wir noch äh das Segel runter hä was ist das hier Gruppe? Front zurück Front zurück links rechts jetzt ich habe es ein bisschen runter gelassen ja wow da kommen wir auch sehr gut sehr gut voran sehr gut voran naja jetzt gehts so langsam wo wohnen wir denn überhaupt? wo wohnen wir denn überhaupt? ja die Richtung ist richtig aber langsam ja ich weiß nicht wie krieg ich denn das Segel noch weiter runter? Segel komplett öffnen ok das vordere haben wir auch noch das vordere geht so nach und nach runter oder? das reicht doch für uns beide hier ein kleines ja schon aber bauen will ich die anderen trotzdem ja Goldrutsche ey steht sogar hinten drauf Goldrutsche ich weiß es die großen sind schon auch schöner Holzdeckel wo kann ich denn hier den Anker wieder einwerfen? hier oder was? oder so soll ich nochmal rum? wie kann ich denn den Anker wieder einwerfen? na wieder Y und Anker werfen wo? wenn ich hier auf dem Boden mache steht hier wieder abreißen ach da weiht schon? ja ne? komm komm ich denn hier weg hier weg ey ich saß aber wieder ein Anker hoch gemacht wieso hoch? ja aber wir jetzt wieder fahren jetzt ist es Anker so ich wusste alles Chlor ach mit Y mit Y komm ich weg wie kann man denn die Segel hier das Segel komplett schließen da machen wir hoch warum hat es nicht hi 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 hollo kleine Schiffchen juhu juhu da hinten steht Goldrutsche wir brauchen ja noch ne Treppe ja das äh komm berg rein lass mal gucken ob ich da so was sagt der Fisch? so was sagt der Fisch? was bräuchte er? da bräuchte ich so ein äh Schrägdach ne? so ich schmeiß ein bisschen Fleisch hier in die Kiste ne? und Fisch ist das hier schon gebraten? 40 Holz und 60 Stroh 40 Holz und 60 Stroh hä? hat er jetzt hier mit drauf gepackt? 40 Holz und 60 Stroh 40 Holz und 60 Stroh dann möchte ich das einmal teilen geht das? verbrauchen, fallen lassen, alles nehmen alles aber das ist ja ein bisschen teilen was man jetzt hier nahm hat ob man das Fleisch hier im ja bestimmt wie geht das? verbrauchen ich will nicht rauchen ich will nicht rauchen ah hier ja nee doch Stapel teilen halbieren zack und einmal in die Kiste bitte bitte Holz ein bisschen Holz sammeln die äh ähm ditte so Stapel halbieren und rüber so jetzt genauso halbieren rüber 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 so du hast die Hälfte Fleisch im Fisch in der Kiste ich hab noch was ins Dings auch rein geschmissen in oh die sind Beeren Dings? also im Lagerfeuer also im Lagerfeuer aber ich hab sie angemacht achso ja 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 na ich hat's aber angemacht ein Wasserschlau ist leer das konnte man hier auffüllen ne? hm hm ist das jetzt voll oder ist das nicht voll? glaub ich mit dem Ding ging das glaub ich mit der Treppe was ist denn das? Treppe treppe ja ja goldrutsche goldrutsche naja treppe ist dran treppe 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 oh oh dein gurt willst du willst du noch einen? willst du noch einen? hm nochmal hier das Lagerfeuer an da muss ja Holz rein ne? nochmal noch Holz hm mit zwei Kiezen da ist einer hm ah hat er eine Treppe hingekriegt ist ein bisschen frisch treppe mit Fisch ich bin wohl offen wir brauchen noch zwei äh Fundamente mindestens können wir heute Abend wieder aufmachen was musst du machen? soll ich noch irgendwas sammeln? Holz oder so? äh warte mal warte bei der auch hat er noch vier Fundamente dann nehmen wir ja auch wieder die Stroh Fundamente weil wäre ja Quatsch wenn wir jetzt andere nehmen sammeln noch Stroh ja eigentlich brauche ich Holz dafür für dann Holz und ne neue Axt was brauche ich für ne neue Axt neun Axt neun Axt da brauche ich Holz für Stein und Feuerstein Feuerstein bräuchte ich ja sowieso auch für äh ich hab ganz viel Feuerstein wenn du brauchst äh was ist denn hier Feuerstein hier unten ne? brauchst du? ich hab ein bisschen hier ist noch ein ein Speer ne ne Angel achso Dribbel ja Holz siehst du mein Speers kaputt gegangen keine neuen machen hier Stein ja mir fehlt jetzt Holz hm hmm hm 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 mh hm 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 Daher hm 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 CS hm 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 Ôm � Babys schon lob Анд Aber nicht so viel, ne? Nicht so viel, ja. Fünf Holz, toll. Reicht das für die Axtür. Dann Speer reicht's nicht. So, dann mach ich an dem Baum hier noch Stroh und dann hab ich dir wieder ein bisschen gesammelt. Das Fischernetz, ist das besser, als wenn man mit der Angel angelt? Ich hab keine Angeln, kannst du die sagen? Ja doch, hatte ich nicht schon eine Angel? In der Kiste liegt eine. Ach ja, das war meine Angler, aber ich weiß nicht, wie man angelt. Holz, ich auch nicht. Ich würde vielleicht mal eine probieren. Du, das Zeug in die Kiste, ne? Ja, ja. Fischöl, die sind, wenn man da braucht. Knochen. Zum Einschmieren. Reissaat, gut, dann kann man da noch einpflanzen. Zuckerrohr, weiß ich noch nicht. So das gut ist. Mit mir hier so ein Fischer-Ding. Kohle. Das Musikstück, so hab ich hier Fasern, hab ich auch noch ganz viele. Wildreis, kann man auch noch essen. Gut, für den Speer fehlt mir genau ein Holz. Habt ihr Holz reingepackt? Metau. Weih auch mal rüber, so. Wo ist das Ding schon wieder an? So ein wenig das Flesch. Was siehst du denn, kann ich da doch mal praten. Ein Holz hatte ich noch. Stimmt. Jetzt kriege ich ja wieder die Achsen jemand. Ach, Rudel. So, nochmal Speer. Schwimmt denn da hinten? Was ist das? Das ist ein Vogel. Uh, scheiße. Ein Vogel auf dem Wasser. Jetzt hab ich mir aus Versehen noch eine Spitzhacke gemacht. Greift mich an! Greift mich an! Jetzt nicht mehr. Den Speer... Mach ich den da hin. Hallo? Hallo? Jetzt... Mach den Speer da hin. Kann man den Speer da nicht hin machen? Und den da hin machen? Ne. Geht nur da hin. Gibt er das Fischerding woanders denn machen? Ich hab was mitgebracht. Was ist mitgebracht? Geht auch nicht, alter. Also, du nimm jetzt mal das Fischerteil und probier mal aus. Hab was mitgebracht? Mitgebracht. Was ist mitgebracht? Der läuft einfach weg. Der läuft einfach weg. Warte hin, wo denn? Hinter dir. Hinter dir. Ah, der sieht ja aus. Schön gut. Außer wann man riesen Fischer netzhalter... Sieht man das? Ja. Ja. Größer als ein Cop. Größer als ein Cop. Aber hier schwimmen noch keine Fische. Ich schwimmen noch keine Fische. Kannst du noch atmen? Kannst du noch atmen? Wie macht man das denn jetzt? Wie nehm ich denn das denn? Also ich nehm ich... Nicht dir die... Achso, ich bin noch in der Kampf. Denen's. Ich hab keine Ahnung. Ist ja genauso wie... Wie mit der Angel. Ja, aber ich muss das doch irgendwie in die Hand nehmen können. Ich kann das halt nicht mal in die Hand nehmen. Oder bräuchte ich da erst Skill für? Das weiß ich nicht, ob man da... Ob man das braucht, nee. Ich muss das erst leveln. Oh, sorry. Sorry. Sorry, man. Sorry. Nee, Mr. Sorry, man. Als nächstes werde ich mal Ausdauer leveln. Ey, Schildi, was geht ab? Level 14. Hä? Ein männliches Huhn. Ein männliches Huhn. Ein männliches Mond. Schatzkarte. Hüb, hüb. So, ich hab ja auch gelabelt. Hab ich grad gesehen. Geh mal noch ein bisschen auf Gewicht, weil tragen muss man immer viel. Hatschau. Konstruktionfall. Ja, gut. Hab ich ja schon. Ich wollte vorstellen. Was ist das hier? Schwimmen. Gibt's hier noch Rezepte zum Freischalten? Ich will immer alles freischalten, wo Rezepte gibt. Gibt's hier noch Rezepte. Der kleine Dicht. Wer hat Dicht? Das ist noch gesperrt hier, ne? Order. Lass es so machen. Bin ich. Nahkampf. nahkampf kann ich auch schon level mache ich mal da hat ja auch so viel kämpft ja ich hab doch schon ein paar tierchen getötet habe ich noch punkte schlägst du mich weil du mich so komisch aus lachsamer er herbert steht schon an der tür und wartet herribert tut mein handy akku ist gleich leer kann man das herbert unser hohen doch kap doch fundament ist drei stück ja dann platzier mal dicken platzier mal gibt es ja auch noch andere nein du bist der einzige typ hier schluss dreieck gibt es noch und dann ja vielleicht noch der wasser knäcke brot Joa. Wollen wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Kiste hast du schon rausgenommen? Holz und so? Holz und so? Kürste, was hast du denn hier? Eine Flasche? Das ist Fischöl anscheinend. Fischöl. Was hat hier ein Teppich? Teppich. Ja. Mach Munition für irgendwas. Muniz Sohn für irgendwas. So, mal googeln. Kann ich noch machen Wände? Wir können jetzt auch schon Holzwände machen, aber wir bleiben mal erstmal beim Strohhut. Wie sie wünschen. Wie sie München. Warum tragen wir das gleiche Outfit? Weil wir noch keine Skins gekauft haben. Was ist das für eine Musik, hä? Andere. Hey, Mr. Taliban. Taliban-Banana. Ich kann noch viele Wände machen? Ah, ich kann mal. 20 reichen erstmal. Old Rutsche. Old Rutsche. So, da kommt hier ein Wand ohne Fenster. Da ein Wand ohne Fenster. Hier ein Wand. Huch. Ein Wand mit Fenster. Und, äh, hier auch. Hier wieder ohne. Huch, Mann. Ich drück mal den falschen Knopf. Tür? Ne, ne Tür nicht. Höhöhöh. So, und hier kommen wir dann noch mehr Wand hin, aber... Hier wieder ohne. Und hier wieder mit Fenster. Training. Watch out. Was? Oh, da müssen wir auf unser Schiff aufpassen, na? Stimmt. Huch. Oder? Oder? Warum, weiß ich nicht. Weil es regnet. Da stand irgendwas mit Watch out, irgendwas. Watch out. Watch out. Ich geh mal zu Gold Rutsche. So. So, Gold Rutsche. Was? Niemand. Was stand da? Niemand? Da stand gerade niemand irgendwas. Sieht sehr wellig aus gerade. Hm. Steht's nicht mehr. Doch. Niemand bemannt das Segel. Ist auch keiner, oder? Ist auch keiner da. Bemannt da. Man trocken. Sieht aber noch sehr trocken aus hier drauf. Findest du? Manche Stellen finde ich dunkler. Ne, doch hier. Guck mal, hier ist schon... ...geglänzt ist. Hier ist es nass. Ist nass. Ne, ne Regenplane drüber ziehen. Inventar hat das Schiff auch, wie das aussieht. Toll, mit einem Slot. Was? Kost... Mh, ach, ein Kostüm kann man dem auch anziehen. Das Gewitter, ey. Das Gewitter. Kommen wir eigentlich da oben rauf. Kostüm kann man dem auch anziehen. Was ist denn hier passiert? Bief. Aha. Wie du da hängst, also deine Arme. Deine Arme. Was würdest du denen... ...umarmen wollen? Niemand bemannt ist hier. Eigentlich stehe ich... ...also ich gucke halt von außen. Ich bin... Ich habe die Station bemannt. Schiff hat Inventar. Wenn in einem Itemslot ausgerüstet, führt dich diese Karte zu einem verborgenen Schatz, den du mit einer Schaufel ausgraben kannst. Ist das so. Komm ich hier wieder raus? Kann ich gar nicht auf dem Schiffs-Inventar tun. Schade. Oh. Schatz Cordy. Ich will sie jetzt aber nicht in der Hand haben. Hallo? Abreißen... Mh, 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 ne. Ist mir das jetzt hier keine Holzplanke? Hä? Wollen Sie mit einer Holzplanke? Müssen wir jetzt hier noch was aufpassen? Nö, ne? Gesamtanzahl-Crew. Planken 12 und 12. Offizier 2. Zwei Offiziere hier. Zwei Officers. Ich glaube, unser Lagerfeuer ist jetzt aus. Da kann man auch noch levy immer das Schiff. Ach so. Mir doch nicht, das ist noch an. Hier oben sitzt ja die Windanzeige, wenn du auf dem Schiff bist. Hm, hatte ich von. Da steht da Goldrutsche Level 1. Okay. Oh, ich habe rumgehe. Was essen wir denn? Was orangen ist, wenn ich schlecht? Vielleicht noch ein Fisch? Was passiert, wenn man die Balken komplett voll hat? Dann hast du... ...keinen Hunger mehr. Dann habe ich doch in der Magen auch Dings... In der Magen. Hä? Wer hat denn jetzt hier gefiffen? Ich war nicht. Ich kann das. Gefiffen. Was hat denn hier ein Pinsel? Pinsel. Ein Pinsel mit zwei Werken. Eine Waffe. Herstellung... Herstellbar Pinsel. Schrägstrich Waffe. Aha. Wer kämpft dann mit einem Pinsel, hä? Kannst du die Viecher kitzeln damit. Ich mal dich an. Schrägstrich. Aha. Was haben wir denn hier? Ein Stuhl. Ah. Ein Stuhlgang. Aha. Ich habe wieder 11 Fleische momentan. Wo kommen die her? Ich bin ausgehebend. Hm? Ich bin nicht. Bin nicht. Ich bin nicht. So, ich nehme mal hier die... ...ganz viel Fleisch. Warum habe ich jetzt unten recht so komische Pillen abgebildet? Was? Pillen? Ja. Ich finde das so ausgewogen... ...ausgewogen ernährt bist. Ah. Schnitzel. Schnitzel. Stapel teilen. Arbieren. Inventar öffnen. Das Öl zeig ich dann ja an. fisch aber was ist blau blau haben wir noch gar nichts an die blau hammer gelb haben wir nicht da habe ich jetzt soll dieses Dingens hier aber wie heißt es Weltreis es ist so wo es ist gelb vom Bambus abgepflückt nach Bambusen Jami Jami deiner Mami Gammelfleisch brauche ich nicht so es sieht eigentlich okay aus fehlt halt nur gelb ab ich weiß ob du 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 hey you aber was wir mal jetzt ich will noch ein bisschen durch faser kommt von von der bischen von der bischen und das schiff ist gesungen ja 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 was ist dies was ist das es wird sie trägt so gut aus und so wird gesunken da hat man was ob man so schiff noch nach so schlecken hier drauf als zudem stecker achten die lobt ist so aufmachen Lagerfeuer der Scheinste haben wird vorstehen ist ein Oktober und was fehlt mir denn da holz und stroh fehlt mir für ein lagerfeuer holz stroh so holz stroh strohzi hoh aber mit lagerführer ja hoja wo ist das im ofen eine schmiede lagerfeuer mache ich das packe ich dann mal hier direkt vorne hast eins unterwegs wenn wir uns mal wenn wir uns unterwegs mal unterwegs mal auf werden müssen und so das schiff erstmal trocken wenn wir uns unterwegs aufwärmen müssen dann machen wir vielleicht noch eine kiste hier hinten hin oder so küste webstuhl im webstuhl warum wir auf dem kleinen schiff nicht aber ein rhabarbeer kuchen was hat gerberei wo war denn hier ein schrank ein schrank beziehungsweise kiste beziehungsweise kiste beziehungsweise kiste wo machst du ja ein mikro an und aus ey das nervt ein bisschen ja weil ich bei jemand anderem war ich brauche immer noch holz abgrenzt die selber sammeln aber 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 wo ist denn die kleine kiste die normale große kiste die wir auch im haus haben für das rezept dafür nicht ist es das? ja wird mir trotzdem holz ich und mein holz holz die 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 nun so sieht wird reiß aus ok wird mit 3s also wird reiß gibt es zwar in der nähe von bambus aber es ist direkt von bambus flippen ich mach mal davon ein ich weiß nicht ob wir den aufs schiff stellen aber ich glaube eher nicht den stellen wir eher ins haus das stellen wir eher ins haus das schränkchen du onkel klaus ach so der fisch der fisch ein fisch essen wir noch und ein fleisch so schrank haben wir oh der hört doch schon groß hey Frank oh das ist aber schön wir werden mal rein klatschen klein ratschen ah das ist mein trinken nein nicht reißen so kann man eigentlich äh diesen schrank aufheben wenn der jetzt leer wäre ne ne äh gute frage steht nur abreißen steht nur abreißen die kiste meine ich die kiste für das schiff machen aber aber ja dann hat er den schrank gemacht der schrank ist aber für die für das schiff ein bisschen zu groß ja das müssen jetzt noch ein bisschen holz sammeln damit ich dann für das schiff noch eine kiste machen kann zwei drei vier fünf sechs sieben neun zwölf 365 ja 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 ne hä die ganzen bäume so ist genauso groß wie die büsche kraftel ja das habe ich extra so gemacht damit ich mich besser verstecken kann vor vor die bösen wildschweine man lacht mir nicht mehr aus mann die die warte wasser wasser wenn sie immer noch so das ist ein glänzschiff wo stellen wir denn die kiste hin hier so so machen wir dann inventar kann man dann da zeug rein tun ist eigentlich auch ausreichend für eine schifffahrt so schon mal was reingemacht ne Schatzkarte ja die kann man ja theoretisch da reinmachen die sind ja dann eh für wenn man doch mal auf reisen gehen und soll die anderen auch da reinmachen werden gerne muss jetzt erstmal holen aus polen und noch ganz wichtig so was ist wichtig machen wir das ganz wichtig ist äh schön so 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 den Stuhl aufheben und den still da oben rauf eigentlich wäre das ja hier ganz gut Fahrersitz kannst aber nicht steuern ich hebe ihn mal wieder auf wollen wir irgendwo hinfahren ein paar Kisten sammeln mit Gold drin wollen wir welche finden ja die liegen ja so auf dem Wasser drauf da sind ja diese Münzen drin mit denen wir uns auch Klamotten kaufen können na dann los Essen hab ich noch dabei Ätzen, Ätzen, Ätzen ist ein Segel runter? ein Stuhl in die Kiste Segelohren komplett runter oder? no So, gucken wie der Wind ist, ne? ja, der kommt von vorne da sind sie aber gerade so langsam muss man das umdrehen irgendwie, ne? geht das, ja? geht das, ja? es kommt doch von links die ist heiß sehr schön ich bin heiß ich bin heiß ne, muss ja komplett anders, ne? huch nein schießen kann ich auch meine Fresse so rum naja kommen wir nachher auch wieder zurück kommen wir dorthin? wir werden sehen das sieht aus wie ein Fels oder so also das hier so links von uns geradeaus das kleine, der kleine Hüppel da sieht aus wie Steine ja, wird auch ein Stein sein ja, Leute willkommen bei CFCs für Arme und Beine ne, Arme kann man nicht sagen weil das hat das Spiel hat ja noch Geld gekostet CFCs haben wir im Game Pass ja und das ist besser da wollte ich auch mal wieder reingucken wegen Tiere und so irgendwo auf die Schulter Schweine ich möchte ein Schweinchen auf der Schulter haben komm ein bisschen voran weil das vordere Segel gut steht ja, das sind Felsen ja, das sind Felsen hallo, hallo, hallo was ist, wenn wir angegriffen werden? für was denn? weiß ich nicht da muss Heier oder so hei jee kann man das Schiff denn auch wieder reparieren? ja, ne? ja, ja ah, unser Schiff ist Level aufgestiegen cool erhöhe Attribute im Schiffs-Inventar warte mal also müssen wir öfter segeln damit? öh, was denn das? du weißt, wo? guck mal rechts von uns geht's gerade aus hä? öh, was denn das? ist, ach, das ist Geisterschiff, oder? boah schon auf dem Level 4 oh, die kommen auf uns zu öh äh 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 sind da zwei gleich? das sind drei drei drei? oh, die schießen auch noch geil meine Fräse ja, jetzt gehen wir langsam du musst die Segel mal anders machen ja den Dicken sonst kommen wir nicht weg äh oh oh alter äh, halt nein alter, Mann und Heier haben wir auch unter uns oh oh also das ist nicht ganz so einfach hier jetzt geht der Wind wieder in die Richtung der kommt der Wind kommt von rechts äh da vorne ist gut, der ist grün hm, genau nein, wir fahren lieber zurück nein die folgen uns jetzt, ne? die folgen uns jetzt oh, das oh, Rico guck mal nach hinten wenn du kannst wir haben auch keine Kugeln, nischt ne, wir haben auch keine Kanonen das ist ja nicht so ein Schiff das für so Schlachten gedacht ist glaub ich ne hauptsache die es heiß du solltest bald einen kühleren Ort aufsuchen alles klar der hintere Segel ist noch nicht so das ist ja folgen die uns noch? ne die drehen ab ach du Scheibenkleister ach Mensch weil wir raten wir sind noch nicht bereit dafür ne hat's ja nicht mal erkunden ne wir wollten eigentlich ab ich hab's mal so ein bisschen gucken ich kann ja nicht ahnen dass hier gleich so ne ja 10.000 Geisterschiffe ankommen oh man ey wir spielen ja nicht Multiplayer weil das hätten auch andere Spieler sein können ne im Multiplayer aber so da kannst du gleich mal den Anker legen hier ne den Tanker gleich ähm jetzt 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 ach jetzt bis eben noch nicht, weil oh, reparieren, Holz Holz und Stroh brauchen wir wo steht dat? hier zum Beispiel an dem komm grad nicht auf den Namen ich geh mal was in Holz sammeln ich hab auch ein neues Level da mach ich mal Ausdauer hallo? hallo? Ausdauer? wie komm ich zur Ausdauer jetzt? Dau's hour Elfie? oder Elfie? zwoelfie tippt 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 so mal gucken, wot wir ja operieren können Alter Schweden Ich muss mal gucken, hopp vorne Ich dachte mir, oh scheiße, jetzt bist du am Arsch Jetzt sinken wir So, wie kann ich jetzt reparieren? Ich wollte nicht ans Segel, ich wollte Ähm, Segel reparieren Ach, Tierhaut brauche ich auch noch, Mensch Die Segel auch kaputt hat Ähm Repariert Repariert Ob die Katze hier immer noch ist Wir brauchen Tierhaut Hä, was hat die denn? Ist die doof? Steckt die hier fest Er fordert Fähigkeit Sam Stufe 2 Um zu füttern, ja Ich will, ich will, ich will Hier ist ne Katze, die hängt hier wohl irgendwie fest oder so Ich weiß ja, ich hab schon gesehen Deswegen läuft die nicht weg Warte, warte Ich hol mir den Was will er denn? Fisch? Weiß ich nicht Die steht nur, äh, erfordert Fertigkeit Sam Stufe 2, hab ich nicht Hab ich, hab ich Dann zähl mal das Katze Dunkellevel Mietz, 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 komm mal her Kat will jetzt nicht gezähmt werden Nö, egal, was er will Cool Katzen halt Schlag dich bewusst los, Junge Au Jetzt läuft sie Mach die nicht tot Ich dachte, ich kann die bewusst los schlagen Ich glaube nicht Ist sie jetzt tot? Ist sie jetzt tot? Oh nein Mietz Mietz Er muss eingeschläfert werden Die Katze getötet Weil sie will jetzt nicht gezähmt werden, als ob das nach jedem Willen geht Ich hab sie befreit, ich hab sie erlöst, alles gut Und wird man da gefragt, was verkauft er eigentlich hier? Was ist das, seine Pilzsuppe? Hm Aber wie soll man denn die Mietzen zähmen? Mit so einer Boa, oder was? Hätt ich nicht weglaufen können? Ich denke mal, wenn du das, was ich nicht, was hätte ich dir genommen? Fisch, oder? Guck mal, da ist zum Beispiel eine männliche Katze Level 9 Könnte mich jetzt zum Beispiel anschleichen, aber, ich glaube, bringt nichts Mit kriechen vielleicht? Geht nicht, ne? Rankriechen Weil jedes Mal, wenn ich nämlich zu der Katze hingehe, springt die hoch, als wenn die einen Schreck kriegt Na, ich weiß Wo ist die jetzt hin? Bei dir auch, warte Na, warte Dann, ihr bleibt ja nicht mal stehen, ihr renntet mal sofort weiter So schnell bin ich ja im Kriechen nicht Das stimmt, im Kriechenland So, jetzt ist sie, ne, am Wasser, da rennt sie Bleibt doch mal stehen, kleiner Oh, sind da zwei Katzen? Weil er hat jetzt zwei Herzen Oh, da ist wieder hochgesprungen gerade Ah, jetzt geht er, warte mal Hä? Der Kamerad zu mir gelaufen Ach, hier, das sind zwei Kätzchen Weiblich und männlich Männlich ist da hinten, ich geh mal zur Weiblichen Warte mal stehen, Junge, was rennst du denn weg? Wo sind die Atter? So, ich krieche jetzt Ich will ja nochmal gucken, was ich da brauche, um die zu zähmen Ja, schon springt die auf Tschüss Das ist wie bei Mist hinterherinnen und Einfangen Da steht aber nix, wie ich die zähmen kann Füttern halt, ne, aber was? Da steht aber nix, ich bin da nah genug an der Katze dran Da steht nix, womit ich sie füttern könnte Ich will nicht gezähmt werden Ja, na, die wollen ja nie Die wollen ja nie Die holen nur ab Schweinereien Zwölf Nee, Wildschwein, soll ich dich zähmen? So ein Zähmen, Holunder, okay? Holunder? Ich kann den zähmen Aber zu, was willst du mit dem Schwein? Vielleicht ist das ein Kühlschrank, weißt du noch nicht? Können wir den reiten Mit Sattel und so Den nennen wir dann Pumba, ne? Ja, genau Dann müssen wir noch ein Ergmännchen zähmen Ich glaub, die gibt's nicht, ja? Dann nehmen wir den Affen dafür Oder die Katze dann Schildkröte Level 2 Lass es mal, ich brauch keine Schildkröte jetzt Hallo Vogel Eine Möwe Eine ganz schön fette Möwe Die greifen zurück an, ne? Ne, die ist ja bloß viel lang gelaufen hier Ich mein, die greifen dich an, wenn du zuerst angegriffen hast Ja, ja, ich weiß Woher weißt du das? Woher weißt du das? Weil das schon, weil ich die schon angegriffen hab' Also nicht die jetzt, aber Affe Oh, da gerade gekackt Level 4 Affe Da ist mir die Katze hochgesprungen Katze Katze Katze, ich fang' Wie lange machen wir noch? Wie lange machen wir noch? Äh, nicht mehr so lange Ich zähm' den hier noch zu Ende Molle Katz Komm her, Molle Katz Komm, 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 komm Dauert ganz schön lange, würde ich schon mal sagen Komm her, Molle Katz, ich fang' dich Wenn das mal gehen würde Kann man nicht fangen Mils, 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 Mils Mit dem Fischernets H hab ich gerade nicht dabei Mils, 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 Mils Warum ist die so rot eigentlich? Hatse sich verletzt Flaze verletzt Ich komm nicht daher, du Und lass mich nicht mehr los Ja, ich muss mir das auch so machen Um Vertrauen zu gewinnen oder so Ich hab' keine Ahnung Ständig hinterherbled es erschöpft ist Katze Katze Junge Miauzi, miauzi Achso Er kauft so ne neue, da hast du noch Geld Mietz, mietz, mietz Mietz, mietz, mietz Der muss doch schnell zum Telefon rennen und Feuerwandten Mietz, 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 mietz Mietz, mietz, mietz Mietz, mietz Mietz, 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 mietz Bringt nix, glaub ich Ja, ich würd sagen Lager machen wir nicht mal Ich will den hier nur noch zu Ende zähmen Wen denn? Ach, das Schwein hört Pumba 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 41% hab ich Level 9, aber so nicht so schlimm Oh Katzenjunger Mietze, 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 mietze So, mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen bauen können Aber 2 hat es gereicht Ruh-tel 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 So eine Treppe brauchen wir später auch noch Wir wollen ja bestimmt Ein Hochhaus bauen hier Hier liegen wohl Muscheln rum Die können wir aber bestimmt nicht einsammeln Ne Ne, habe ich erst probiert Nur Deku Deku Muscheln Meku Duscheln Hier ist noch ein Huhn Hier scheinen ja Bäume zu wachsen Ich weiß aber nicht, ob das Wie bei Arke ist Also Bestimmt wäre schlimm, wenn nicht Hey Schildi, was geht ab? 84 Minuten streben wir schon Wie lange? 84 Minuten Oh, anderthalb Stunden schon Ja, fast Ja Ja Bock, 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 bock Zitplan Ach nee, die ist Standard hier Die Standfackel Am Wasser hier Die ist nicht von uns Hallo Äffchen Können wir die eigentlich ziehen Die hauen auch ab, ne? War das nicht so? Ja Aber die hauen nicht so schnell ab Wie die Wie die, wie die, wie die, wie die Glaube ich Also wie die Katzen Age 20 Ich bin 20 Steht hier 83% Steht bitte Wo steht das? Äh Wenn du bei deinem Inventar, wo deine Klamotten drin sind, daneben ist so ein grüner Text Ah, hör auf 20 Ich seh aber gar nicht aus wie 20 Siehst aus wie 5 20 Hm Noch ein paar Fundamente machen Kaka Kaka Willst du Kaka aufheben? Kaka Er gehört bald uns Ich kann auch viel später auch noch Bessere Werkzeuge Muss mal kurz im Anu Schief gehen Schief Das weiß ich nicht So, noch einmal füttern, dann müssen wir ihn haben, glaube ich Ist dazu Mein ganz nur Lunder gefressen Sein ganz Plunder Hallo Pris Toll 99,4% Also nochmal Lunder Hihi Und Er gehört uns Ich hab dich gefragt, warum ich jetzt hier die ganze Zeit gucke, ne? Aber im Schiff, das ist für Für später So, Sampeel und so Ne? Das Schweinchen kommt auch nochmal drauf, wenn du das gezähmt hast Jawohl Deswegen muss ich mir das auch nochmal angucken Warst du das? Komm Bring ihn Bring ihn mit Zum Häusel Willkommen Willkommen Huch Oh, da ist ein Äffchen Ja Pumba Der kackt So, einen brauchen wir noch Ich hab Timon schon Einen brauchen wir noch Timon, ja? Mhm Timon, ja Fasern brauche ich noch ein paar Fasern Fasern Gucke hier Warte Kommst du raus? Da ist Timon, guck mal Sitzt drauf Du kannst sogar drauf reiten Warte, bleib mal stehen Und so, dass ich halt ein Bild machen kann Aber bitte ohne das Schild So Hey Mach schnell, da hast ein Äffchen Will gucken, ob der 10 kann Hast du? Also ich kann jetzt nicht so einen Screenshot machen, aber Hätte ich machen können, aber Ich habe Durst Jetzt nicht mehr Äffchen, wo bist du hin? Da Äffchen Oh, kann ich auch füttern Füttern Ich fütter es Dann haben wir auch ein Äffchen Dann haben wir einen Timon Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert bei ihm Ich war ja noch Pumba genannt, oder? Ja Ah ja Jetzt haut er ab Level 13 Mit Level 13 hast du schon mal Hast du dich angelegt? Ach nee, du musst jetzt ja was füttern, ne? Ja Außerdem war er Level 9 Als ich ihn gezähmt habe Ja Okay Die kriegen ja dann nochmal Level ab Hey, kleiner, warte Ja, die geben ja dann nochmal den Löffel ab So, können wir ein paar Wände machen Wenn wir eine Steinwand machen, wie das aussieht Die Affen gehen sogar schwimmen, was ist denn mit denen los? Ach nee, das ist ne Holzleinwand Aha Friss Äh, 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 äh Doch Tach, jetzt steckst du eine Festaffe Nee, doch nicht Kleiner Festaffe Auch nicht so weit ab So, was fehlt Stroh fehlt Haben wir noch Stroh hier drin? Oh Pumba, kommt der auch hinterher? Pumba, kommt der auch hinterher Nee, kein Stroh hier drin Pum, Wasser kann aber nicht fressen Und noch Stroh Stroh, 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 Stroh Äffchen, ertrinkst du jetzt, Alter, du musst hier raus Äffchen Machst du Ich will das zählen Und das ertrinkst du selber Das ist wieder Wasser, Äffchen Na guck mal, das taucht nicht mehr auf Äh Hallo Ich hab schon versucht wegzugehen, aber Pumba, komm mal her, du machst dir vielleicht Angst Hä, wieso Sieht in die Wand hier so komisch aus Hat auch mal am Wasser gekackt Äffchen? Äffchen Ah, der Schrank guck da doch nicht, also So So, dann kann ich ihn auch nicht, weil er unter Wasser ist Mensch, komm, mach aus Die Felsen kann man ja auch nicht abkloppen, ne? Naja Ich glaube nicht Oh, nein Einmal boxen Du hast gerecht für eine Wand, toll Jetzt geht's Für eine Wand hat's gerecht Äffchen, komm hier, komm, mein kleiner Ich mach schwimmen, mach ich ja nicht füttern Füttern Äh Ist das unser Schwein, was dir da hinterher schwimmt? Ja Ich weiß nicht, ob das Elfchen Angst hat vor Pumba, dass er da weggerannt ist Das kann natürlich sein Das wird dein bester Freund, du kannst bald auf ihn reiten Oh, du kriegst, kriegst du eine Beere, ja? Ja, guck mal hier, mein kleiner So So Du, 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 du Das war aber lange, ne? Mit den Äffchen Oh Langes Äffchen Äh Ich will mal hier gucken Äh, Fasern, alles klar Fasern, Fasern, Fasern Wie das mit einer Treppe ist hier Aber die Affen heilen sich wieder schnell Ich musste denen ja mal ins Gesicht boxen Hallo, Friss Hallo Lass doch mal stehen jetzt hier, Alter Box die nochmal Sag den Affen nicht Pumba, darf ich dich mal kurz hier, äh, verhalten? Pumba, darf ich dich mal kurz verhalten? Ähm Folgen deaktivieren Toll, musste auch hier jetzt hin Für eine gereicht Was fehlt jetzt? Schon mehr Stroh Da hab ich den Affen aus den Augen verloren Affen Augen Musste hin Ach, da Oh nein, jetzt die Spitzacke kaputt Aber ich kann die reparieren Ups Ah, ich muss mal trinken Affen will jetzt nicht gezähnt werden Aber, was da Wildungen sind Jetzt haben wir noch einen eigenen Willen hier, ey Du wolltest doch vorher auch Mal jetzt wilder wieder Oh, der ist so süß, den will ich haben Das dauert, ey Bekommen wir bei 20% Bumba Da fehlt immer noch Stroh Mann Stroh Mann? Der Stroh Mann fehlt Einmal einen von der Palme wedeln hier Da ist noch ein Äffchen So, jetzt reicht es aber So viele Äffchen hier Öffchen Komm an die hoch, ich bin so fett Muss ich durch die Tür gehen So Nicht so weit wegrennen, mein Freund Dafür haben wir sie ja Die Tür So So Dann wollen wir mal probieren Was ist das denn hier? Bohnen, Rik, ich hab Bohnen gefunden Bohnen? Komm, du bist hungrig, komm Iß Iß Iß, mein Junge Iß Iß Weil sie sich gezähmt werden Äh, das ist doch so ein geiler Vogel Geiler Vogel Geiler Vogel Der brennt Ein Vogel, der brennt Das ist Hast du den Phönix gefunden? Ja Der Pflicht hier Wo, wo, wo Wo denn? Mach schnell, ich muss hier Jetzt vorgehe Komm mal zu mir Siehst du meinen Namen Ich weiß, wo du bist Nein, siehst du meinen Namen Nein, siehst du meinen Namen Nein, siehst du nicht Ich dich Nein Ich weiß nicht, wie ich es dir beschreiben soll Wenn du so weit weg bist, dann sehe ich den nicht Na, aber ich sehe doch deinen Namen auch Komm ich dich da oder bin ich weiter weg? Ja, du kommst dich da Oh, die ist Entschuldigung, eine Katze in den Schreck gekriegt Ja, ein bisschen 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 weiter links Links? Ich hab kein Holunder mehr Kann ich auf was anderes gehen? Ein Polunder Ein Polunder Muss der Affe jetzt hin? Muss der Affe jetzt hin? Äh, Affe? Äh, Affe? Bin ich immer noch in der Nähe, oder? Du bist jetzt schon viel weiter als ich Schon viel weiter als ich Hey, aber ich seh dich gar nicht Warte mal, wo ist denn Affe jetzt hin? Wo ist denn Affe jetzt hin? Das ist ein Vogel? Nein, ich hab den Affen verloren Aber da wo du langgegangen bist, da war der Phönixvogel Langgeflogen Achso, ey, was ist das denn? Ja, ist er, ich seh ihn Komm mal, Richtung Licht Also den hier, den leuchtenden, oder wat? Der da hinten, ja Ach, das ist ein Alpha Huhn Der da fliegt? Nee Fliegt wo? Wie fliegt einer? Warte mal Weiblicher 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 Warte mal Weiblicher Ne Alpha Möwe Ne Alpha Möwe Ja So Da vorne läuft ein Huhn So ein leuchtendes Huhn Achso, krass Es ist neblig, Leute Ego, ich hab den Affen verloren Äh, das ist schlecht Hier ist noch ein Huhn, aber das ist kein Alpha Huhn Weil ich dir zeigen musste, wo Dingens ist Was? Ja Ja Toll Musste Ah, hier ist Leuchtehuhn 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 Hey, legst du auch goldene Eier? Kann man aber nicht erzählen Also ich kann es nicht erzählen Das ist auch männlich, das kann auch kein Eier legen Oh, 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 Levit, Levit 224 Ja, Alpha eben Der tötet dich sofort Oh Gott, was hab ich denn jetzt schon wieder? Hunger Mal gucken, ob ich Pumbaa wieder finde Da steht er Äh Aus Affen ist weg Timon, äh, Timon da schon Pumbaa kommst du? Pumbaa kommst du? Timon da Äh, blau hab ich nix Blau ist ja Fisch, ne, oder? Hm, blaues Fisch Ah doch, hab ich Hab ich, hab ich, hab ich Gut Muss erstmal reichen Aber eine Sache muss ich mal craften Äh Stroh Deckel Die brauche ich nämlich mal, einmal Mindestens einmal Na gut, ich mach jetzt Feierabend Ich hab den Affen verloren Also ich mach Ich mach nur ganz kurz das, was ich mache Und dann machen wir auch Feierabend Was willst du denn machen? Eine Treppe Ah, eine Reppe, wohin? Eine Ecke, weiß man nicht Ist so im Häusl Wo denn sonst? Ich weiß nicht, ob du außen noch irgendwo eine anbringen willst Meinst du, ich baue auf dem Schiff eine Treppe? Oder was? Ja Ja Bauen wir da unser Haus drauf Ja, aber das hält nicht so viel Gewicht aus, glaub ich Okay Okay, das ist mal wieder Die falsche Decke gewesen Äh Stroh Deckel war falsch Stroh Dach muss das dann sein Ja, okay Ja, okay Ja, okay Ja, okay Toll, jetzt haben wir aber hier Die Ja So Ja Ja Was bastu? gut, Feierabend, Leute Treppe haben wir auch Treppe, die Trap, Trap so, dann sagen wir mal Tschüssi, ne bis zum nächsten Mal wann das ist, wissen wir noch nicht, werden wir sehen auf jeden Fall hab ich ja gesagt, wir machen so lange, bis wir uns mal ein großes Schiff gebaut haben was allerdings noch weil hier dauert, bis wir da hinkommen das heißt, es wird noch mindestens eins drin geben mindestens ein vielleicht auch mindestens zwölf gut ja, heute haben wir halt uns ein Schiffchen schon gebaut und haben uns einen Pumba geholt also den bist du geholt und Katzchen hat nicht geklappt und Äffchen auch nicht, leider aber mal gucken, was wir nächstes Mal schaffen Pumbart Kaka gemacht Tschüssi Pupisi Tschüss Äh, ja Tschüssi Pupisi oh jalst wirklich Explorer